Kapitel 14 Alles neu macht die Mai. Für immer. Über einen Zufall bekamen wir die Anfrage für ein Feature mit einem DJ- und Produzentenduo, worüber wir dann den Produzenten B-Case mit seinem Team kennenlernten, die eigentlich gar nicht aus der Schlagewelt kamen. Tatsächlich war B-Case ursprünglich im Deutschrap verwurzelt, hatte aber inzwischen angefangen, seine Äste auch in den Dance- und Pop-Bereich auszustrecken. Wir verstanden uns bombig, besuchten ihn bei ihm zu Hause und nahmen ganz gemütlich im Wintergarten unseren ersten gemeinsamen Song Venedig auf. Kein glossy Studio, sondern ganz bodenständig und real. Ich liebte den Vibe. Für immer hatte von Anfang an eine ganz andere Atmosphäre als seine Vorgänger, was sich später natürlich unwillkürlich in dessen Look und Sound widerspiegeln sollte. Irgendwie war das alles so cool mit B-Case und den Jungs gewesen, dass wir nach dem ersten Song in Kontakt blieben und vorschlugen, lass doch gleich mal ein paar Songs zusammenschreiben. Und glücklicherweise hatten die auch richtig Bock. Die Aufnahmen erinnerten mich ein bisschen an die Aufnahmen unseres ersten Wolkenfrei-Albums, damals mit Felix Gauder. Also nicht in dem Sinne, dass auch B-Case mich alles hundertmal einsingen ließ, sondern mehr das System, genrefremde Musiker ins Boot zu holen, um alles ein bisschen fresher zu machen. Denn auch Felix kam damals nicht aus dem Schlager. Es ist ein Prinzip, das sich bis heute bewährt hat. Wir alle wissen ja, was passiert, wenn sich eine Gruppe nur untereinander befruchtet und nie Einflüsse von außen zulässt. Es schwächt sie langfristig. Austausch mit anderen Genres, Kulturen, Perspektiven ist buchstäblich überlebenswichtig, um gesund zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und im Bigger Picture seinen ganzen Stamm stärker zu machen. Ich hatte einfach mega Bock, die Sache jetzt richtig zu machen im Schlager. Ich hatte gelernt, wie es gehen kann. Ich hatte gesehen, wie es nicht gehen soll. Und deswegen wusste ich jetzt, wie ich es anpacken musste. Irgendwie repräsentierte für immer in so vielen Hinsichten ein Heimkommen. Im Zuge der Aufnahmen kristallisierte sich Venedig immer mehr als einer meiner Lieblingssongs raus. Ich war mir aber unsicher, ob er nicht zu poppig sein könnte und deswegen als Single nicht in Frage käme. Aber als wir unserem Labelhead Markus Hartmann schließlich unser Album schickten, pickte er gerade die Nummer als erstes Single, was mich wahnsinnig freute. Ich begann wieder langsam, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören, das mich zuletzt ja eher im Stich gelassen hatte, dieser miese Verräter. Und wie es sich für eine Single gehörte, sollte auch ein Video zu Venedig gedreht werden. Nach all dem Stress des letzten Jahres waren unsere Budgets minimiert worden. Statt mit einer 30-köpfigen Crew, wie wir es die letzten Jahre gewohnt gewesen waren, flogen wir mit einem Videografen, einer Stylistin, die gleichzeitig auch für Make-up zuständig war, und mit unserem TV-Promoter Giacomo nach Venedig, um das Video zu drehen. Andreas schleppte die zwei Koffer, in denen unser überschaubares Equipment verstaut war, eigenhändig über sämtliche Brücken Venedigs. Passiert auch nicht alle Tage, dass der Manager auch zum Packesel umfunktioniert wird. Aber es ging nicht anders. Unsere Crew war auf maximal fünf Personen begrenzt. Und wer schon mal in Venedig war, weiß, dass die Stadt nicht gerade gut mit dem Auto befahrbar ist. Venedig war zwar keine No-Budget-Produktion, wie damals mein wunderbares erstes deutsch-spanisches Projekt, aber definitiv Low-Budget. Ich stand da in meinen Jeans-Short und Crop-Top mit der Polaroid-Kamera in der Hand. Die italienische Mittagssonne brannte mir erwarmungslos in den Nacken. Und ich dachte mir nur, Alter, du kommst von 400.000 verkauften Units, von Videoproduktionen mit 30 Leuten am Set und extra geschneiderten Sport-BHs, auf denen dein Albumtitel gedruckt ist, und stehst jetzt hier mit einem Kameramann und fängst wieder gefühlt bei Null an. Und jetzt kommt das Kuriose. Das war der Moment, in dem die kleine Vanessa, der alles nie genug war und die nie schnell genug groß werden konnte, diese kleine Raupe Nimmersatt plötzlich dankbar war. Demütig. Ich habe diesen Videodreh überhaupt die ganze Für-Immers-Zeit genossen, wie ich schon lange nichts mehr genossen hatte. Es war schön, weil keiner auf uns achtete. Keiner rechnete mit uns und hatte bereits im Voraus ein Urteil über uns gefällt. Ein Hauch von Newcomer-Privileg lag in der Luft. Es waren nur Andreas und ich. Das Allerschönste ist die Unabhängigkeit. Das wurde mir damals bewusst und ich bewahre und beschütze dieses Gut bis heute. Auch wenn ich natürlich keine Independent Artist bin, sondern einen Plattenvertrag bei einem großen Plattenlabel habe, genieße ich absolute künstlerische Freiheit. Das Label vertraut uns. Auch zu unseren wildesten Zeiten haben sie uns nicht fallen lassen. Eine solche Arbeitsatmosphäre des Vertrauens schenkt einem Artist die Freiheit, sich so entfalten zu können, wie er oder sie es braucht, um ehrlich seine oder ihre Arbeit machen zu können. Ich bin sehr dankbar für dieses Verhältnis zu meinem Label. Nicht alle SängerInnen haben da so ein Glück. Ich genieße die größtmögliche Unabhängigkeit in der Abhängigkeit, die ich in dem Fall vielleicht eher Sicherheit nennen würde. Das zieht sich auch in meinen Kooperationen und Deals abseits der Musik fort. Ich achte immer darauf, größtmögliche Entscheidungsgewalt zu haben. Ich nehme nichts an, was gegen meine Prinzipien oder meinen Geschmack verstößt und bewahre mir meine Unabhängigkeit durch den sorgfältigen Entscheidungsprozess. Womit verbringe ich meine Zeit? Bringt mir das Freude? Wenn nicht, dann ist es meine Zeit und mentale Arbeit nicht wert. Das lernte ich damals. Wir droppten schließlich im Oktober 2019 das Video zu Venedig und es ging durch die Decke. Es wurde sogar einer der erfolgreichsten Schlagersongs des Jahres. Ohne TV-Sendung, ohne die Unterstützung der Big Player im Schlager-Game, ohne Support. Wir hatten das alleine geschafft. Das machte es irgendwie noch besser. Keiner hatte gedacht, dass wir aus unserem teilweise selbst geschaufelten Loch wieder rauskommen würden. Und erst recht nicht, dass wir wieder an die Spitze gelangen würden. Aber es klappte. On my way. Dank des durchschlagenden Erfolgs von Venedig eröffnete sich dann die nächste große Möglichkeit. Xavier Naidu wollte einen Song mit uns machen. Einer der größten Popmusiker Deutschlands. Es war irgendwie ironisch. Gerade als wir zurück wollten zum Schlager, kam der Pop, klopfte an die Tür und wollte auch bei der Party mitmachen. Es war wirklich kurios. Ein bisschen wieder wie der Alanis Morissette Song. Nur diesmal positiv umgemünzt. Manchmal schleicht sich das Leben eben auch an dich ran und liefert dir das, was du die ganze Zeit wolltest, wenn du es am wenigsten erwartest. In dem Moment, als ich die Brechstange, ich will Pop machen, aus der Hand gelegt hatte, kam er von selber und öffnete seine Türen ganz freiwillig. Auch wie der Kontakt zwischen Xavier und uns zustande kam, ist so kurios und ein Zeugnis dafür, dass alles sich irgendwie fügt und kommt, wie es kommen muss. Menschen treten in dein Leben aus einem Grund. Und manchmal sogar aus mehreren Gründen. Der Anwalt, der uns damals aus dem Vertrag mit dem Tourveranstalter rausgehauen hatte, war auch im Management von Xavier tätig. Ursprünglich war geplant, dass eine andere große deutsche Popsängerin den Song singen sollte. Ich hatte mich aber direkt in Hast du jemals verliebt und wollte ihn unbedingt singen. Es war ein Hin und Her. Die andere Sängerin war sich nicht sicher. Ich wollte unbedingt, aber auch hier dachte ich mir irgendwann, okay, wenn es nicht sein soll, dann soll es eben nicht sein und ich kriege den Song nicht. Und dann bekam ich die Zusage, dass ich den Song bekomme und Xavier Naido mich featuret. Wenn du etwas loslässt, dann wird es zu dir kommen, wenn es für dich bestimmt ist. Das zeigte sich mit diesem Feature und wie es zustande gekommen war, gleich auf mehreren Levels. In der Zeit, in der wir genau das, was wir nun so locker nebenbei erreichten, zwanghaft in die Faust hatten schließen wollen, war es uns immer zwischen den Fingern zerronnen. Im Endeffekt aber hat an dem Zeitpunkt plötzlich alles geklappt, als wir die Hand geöffnet, losgelassen haben. Plötzlich zeigte sich mir die Möglichkeit auf, vielleicht doch beides haben, beides sein zu können. Schlager und Pop. Soft und frech. Girl Next Door und Diva. All diese Schubladen, die verschiedene Labels tragen, von denen ich mir eben nicht nur ein einziges an die Brust heften wollte und so vielleicht doch umgehen könnte, mich in eines der Schubfächer einordnen lassen zu müssen. Durch Xavier lernten wir dann wiederum den Videografen Mickes Fontanier kennen, der das Video zu unserem gemeinsamen Song Hast du jemals drehte. Ich konnte beim Videodreh wieder mein Hochzeitskleid, das ich auch tatsächlich bei unserer Hochzeit getragen hatte, anziehen. Andreas tauchte zum ersten Mal richtig in Erscheinung. Es war einfach eine tolle Erfahrung. Wirklich good vibes only. So gute Vibes, dass Mickes nach dem Video zu Hast du jemals zu unserem Stamm-Videografen wurde und bis heute alle unsere Videos verantwortet. Ein neues, freshes Team begann, sich Stück für Stück auf ganz natürliche Weise zusammenzufügen. Wachsen geht nicht ohne Wachstumsschmerzen. Wachstum zwingt uns dazu, Dinge zurückzulassen. Gewohnheiten, Chancen, Glaubensansätze, Erinnerungen, Menschen. Gebt euch Raum, diese zurückgelassenen Dinge zu betrauern. Man muss um sein altes Leben trauern, es gebührend verabschieden, um Platz für das Neue zu machen. Das neue Leben, das neue Selbst. Es wird die Trauer und die Schmerzen wert sein, auch wenn es verflucht hart ist. Das wurde mir mit Für Immer bewusst. In der letzten Single-Auskopplung Spiegel-Spiegel, die wir ursprünglich als Soundtrack für meinen Film mit Axel Prahl nur mit dir zusammengeschrieben hatten, reflektierte ich über diese Erfahrung. Spiegel-Spiegel an der Wand, lüg mich bitte nicht so an. Zeig mir, wer ich wirklich bin, ich kann mich nicht mehr sehen. Die Lyrics sprachen mir aus der Seele. Meine Zerrissenheit, Zweifel und Ängste waren in Spiegel-Spiegel so auf den Punkt gebracht, dass ich den Song, obwohl er eigentlich nur als Soundtrack gedacht gewesen war, unbedingt auf dem Album haben wollte. Für Immer war ein flauschiges, warmes Heimkommen ins Nest, aber nicht als weit den Schnabel aufreißendes, unselbstständiges Küken, sondern als ein Phönix, der es geschafft hat, sich aus der Glut zurückzukämpfen. Der seine Flügel schon vorher gespannt hatte und geflogen war, der dabei zwar in gewisser Weise abgestürzt war, der seine Federn ausschütteln und neu hatte ausrichten müssen, der aber am Ende jetzt wieder flog. Ich konnte auf dem Album das Altbewährte mit den neu gelernten Skills verbinden. In Für Immer ging es um die Liebe der Fans, die mich tragen. Wir veröffentlichten mit Meisterwerk ein Video als Dankeschön für die Fans. Meisterwerk zelebrierte unsere Connection, zeigte Eindrücke aus dem Backstage, aber auch Aufnahmen während der Konzerte und Bilder von den Fans vor und nach den Shows. Die Leute, die mit mir durchs Feuer gegangen sind und die jetzt immer noch da sind. Diese Liebe ist für immer und für diese Leute sollte dieses Album sein. Für Immer, das war Dankbarkeit. Demut. Heimkommen. Der Look war wieder lieblicher. Man gestand sich fehlert zu und kehrte zurück. Ich sprach auch offen über meine schwierige Phase und entgegen meiner Befürchtung hatten die Leute tatsächlich Verständnis. Vielleicht war vieles von dem, unter dem ich gelitten hatte, irgendwie nur in meinem Kopf gewesen. So ist es ja leider häufig. Auf Für Immer wollte ich wieder sympathisch sein. Und zwar, weil ich mich damit wohlfühlte und nicht, weil es von mir erwartet wurde. Es war keine Voraussetzung mehr und komischerweise wurde es so für mich wieder okay, auch einfach mal lieb zu sein. Gleichzeitig begleitete ich das Storytelling des Albums auf Social Media und Co. auf eine Weise, die ich im Pop und von Axel gelernt und zuvor im Schlagerkosmos noch nicht gemacht hatte. Früher lief das ja immer so. Man richtete sich nach den großen Schlagersendungen wie Silbereisen und Co. und alle Geschichten, die man im Zuge des Albums erzählen wollte, wurden dort erzählt. Auf Social Media wurde nie etwas gedroppt, irgendwelche Easter Eggs versteckt oder Teaser platziert. Es gab dort ein ganz klares Kommunikationsrat, in dem auch ich mich bisher mitgedreht hatte. Aber bei Für Immer trauten wir uns, etwas kreativer zu werden, was die Kommunikation anging. Ich war immer Fan von diesen Guerilla-Promoaktionen wie bei Taylor Swift gewesen. Einfach das Profil löschen, plötzlich ist alles schwarz oder ein Mosaik aus Posts ergibt plötzlich ein großes Bild, eine Message. Solche Aktionen fand ich immer nicer als das typische Couchgequatsche zur Primetime. Wir hatten diese Methoden zwar bei Schlager zusammen mit Axel ausprobiert, da hat es aber noch nicht so richtig gefruchtet. Die Fans waren noch überrumpelt gewesen. Es war alles wenig vorbereitet gewesen. Bei Für Immer lief das nun smooth. Wir posteten die verschiedenen Kacheln, die am Ende den Albumtitel Für Immer ergaben. Die Presse spekulierte damals, ob ich schwanger sein könnte. Keiner wusste, was da auf sie zukam. Es löste einen Bass aus. Die Strategie ging auf. Das war auch ein Erfolgserlebnis. Endlich klappte es, wie wir es uns immer vorgestellt hatten. Ein zusätzliches Promo-Highlight war dann auch, dass mein Film mit Axel Prahl genau am Wochenende der Veröffentlichung von Für Immer erschien. Auch ein kreatives Tool, um Aufmerksamkeit zu schaffen, das so eher selten genutzt werden kann. Multimedial, jung, innovativ. So wollte ich immer arbeiten. Und nun klappte es endlich, ohne dass ich meine Schlagewurzeln komplett aufgeben musste. Für Immer wurde außerdem zu dem Album, an dem ich am intensivsten von allen meinen bisherigen Alben mitgearbeitet hatte. Ich schrieb mehr denn je und war allgemein sehr tief im Prozess involviert. Vielleicht ist das die richtige Stelle, um einen kleinen Exkurs dazwischen zu schieben. Können wir hier mal bitte über Ghostwriting sprechen? Wie wir ja schon in einem der früheren Kapitel besprochen haben, wird Schlager allgemein gerne als minderwertige, anspruchslose Musik betrachtet. Dass die meisten SchlagesängerInnen ihre Texte nicht selber schreiben, ist da kein so großer Skandal wie beispielsweise im Rap. Aber es wird auch hier und da vorgehalten. Ich erinnere mich noch genau an eines meiner ersten Radiointerviews, damals noch mit Wolkenfrei, in dem mich der Moderator sehr provokant damit konfrontierte, dass ich die Texte, die ich singe, nicht selber schreibe. Er fühlte sich wohl sehr kunstaffin und sah mich, das Schlagerpüppchen, nicht als gleichwertig an. Dieser Eindruck setzte sich zumindest in mir fest, und zwar durch meine Wahrnehmung der Art und Weise, wie er mit mir redete. Bevormundend, abschätzig, überlegen. Ich spürte, dass da keine Wertschätzung für meine Musik da war, weil ich meine Songs nicht selber schrieb. In seinen Augen war ich keine richtige Musikerin. Ich finde diese Sichtweise falsch. Bei der Grammy-Verleihung 2022 sagte der amerikanische Musiker John Batiste in seiner Dankesrede für den Preis in der Kategorie Bestes Album des Jahres etwas, das meine Gefühle ganz gut in Worte fasst. Ich sehe das ähnlich und würde da sogar noch etwas weitergreifen. Bei einem Hit ist es vollkommen egal, wer den gemacht hat und wie er entstanden ist, solange er die Leute berührt. Es ist in meinen Augen wirklich ganz simpel. Entweder ein Song erreicht dich oder nicht. Und darum geht es am Ende. Kunst soll etwas auslösen, etwas im Inneren des Rezipienten bewegen, etwas anstoßen, was vorher stillstand. Wie es dazu kommt, ist doch eigentlich nebensächlich. Jeder hat andere Talente. Wenn wir zusammen arbeiten, unsere Skills miteinander verbinden und so etwas kreieren, was Leute bewegen kann, wen interessiert da die Aufgabenverteilung. Ich war nie eine Schreiberin und werde es auch nie sein. Auch bei diesem Buch hatte ich Hilfe. No shame in that. Ich habe aber ein Gefühl für das Gesamtprojekt. Was muss es haben? Worauf kommt es bei einem Song an? Wie inszeniere ich ihn am besten, damit er seine volle Strahlkraft entfalten kann und so möglichst viele Leute ihn zu Gesicht, aka in den Gehörgang bekommen? Aber das Dichten, den Aufbau eines Songs festlegen, das Reimkonstrukt, das können andere besser als ich. Sich das einzugestehen und sich selbst zu erkennen, ist da meiner Meinung nach sogar ein Zeichen von Größe, Weitsicht, überwundener Eitelkeit und keines von Schwäche. Wieso sollte ich nicht mit anderen talentierten Menschen zusammenarbeiten? Warum sollten wir uns nicht gegenseitig ergänzen, damit das Ergebnis maximal gut wird? Ich verstehe das nicht. Auch im Rap, wo sie sich gegenseitig vorwerfen, wer jetzt wo einen Ghostwriter hatte, gilt das doch genauso. Ist doch egal. Es gibt einen Grund dafür, warum es gute Sänger oder Rapper gibt, die trotzdem nur Background singen oder Backup rappen oder nur für andere Artists schreiben und eben nicht selber auf einer Bühne im Spotlight stehen. Die haben den Rest halt nicht. Und das ist auch keine Schande. Nicht jeder muss alles können. Es gibt Leute, die singen und entertainen gut, aber schreiben eben keine Songtexte, die ihnen den Literatur-Nobelpreis einbringen. Wir sind eben nicht alle Bob Dylan und das ist auch okay. Ein Ed Sheeran ist ein geiler Künstler, der aber nicht auf der Bühne performt wie eine Beyoncé. Und Beyoncé stellt sich nicht mit einer Gitarre auf die Bühne und begleitet ihre eigenen Songs. Aber who cares? Ist jetzt der eine besser als der andere deswegen? Diese Vorwürfe, egal ob sie nun an mich gerichtet wurden oder an jemanden wie Shireen David, haben mich immer angekotzt. Die Leute denken, das, was ich oder eine Shireen David tun, sei so leicht. Nach dem Motto, ach ja, wenn mir ein Song geschrieben würde, die komplette Komposition stünde und ich nur noch in die Booth hüpfen und den Bums einsingen müsste, der mir auf dem Silbertablett vorgelegt wird, dann hätte ich locker auch so viel Erfolg. Tut mir leid, diese Leute enttäuschen zu müssen, aber Fakt ist, nee, hättet ihr nicht. Also vielleicht ja schon, ich will niemanden sein oder ihr Talent absprechen, aber höchstwahrscheinlich könntet ihr das eher nicht. Denn offensichtlich gibt es sehr viele gute SängerInnen oder RapperInnen, die es nie in die Charts oder in die Arenen schaffen. Weil sie eben das gewisse Etwas nicht haben. Das, was man leider nicht mit einer Jobbezeichnung festlegen und damit die Mäuler stopfen kann. Aber gerade das, was manchmal schwer in Worte zu fassen ist, ist umso essentieller dafür, uns etwas fühlen zu lassen. Und Gefühle sind das Wichtigste bei der Musik. Das wusste mein zwölfjähriges Ich schon, wie ich kürzlich in einem alten Tagebucheintrag dazu, was mir am Musikmachen so viel Freude bringt, nachgelesen habe. Das Tolle an der Musik ist, dass man seine eigenen Gefühle hineinbringen kann und dass man andere damit berührt. Ich finde, zuzugeben, dass sie mit Ghostwriting arbeitet, war das Beste, was Serene David machen konnte. Sie übernahm so das Narrativ ihrer eigenen Erzählung, nahm dem Diss seine Schärfe. Wenn man sich klein macht und Scham überstülpen lässt von der Gesellschaft, wird man auch klein und schuldbewusst. Lasst das nicht mit euch machen. Ownt euer Narrativ. Schämt euch nicht für den menschlichen Makel, nicht alles zu können und lebt euer Leben aufrichtig, gerade und ohne Scham. Ihr seid genug. Nun ja, zurück zum Für-Immer-Album. Statt der Arena-Tour für das Schlager-Album spielten wir Ende 2019 die vorhin schon erwähnte kleinere Teaser-Club-Tour, in der wir für immer schon ein wenig präsentieren wollten. Das war natürlich schon ein Fall aus großer Höhe. Von Arenen zu Clubs. Mehrere tausende Menschen in einer Arena versus 500 Leuten zwischen Tresen und Garderobe gequetscht. Das ist schon etwas anderes. Auch wenn die neue Vanessa etwas demütiger und bescheidener daherkam, machte mir das natürlich ein wenig zu schaffen. Aber mir war auch klar, dass wir uns das alles langsam wieder arbeiten mussten. Es war wieder an der Zeit, Dues zu payen. Zudem war es eine Tour mit Stehpublikum, was mich besonders freute. Die Stimmung ist natürlich eine andere, wenn die Leute alle auf dem Dancefloor stehen. Ich konnte die Teaser-Tour also trotz des vermeintlichen Downgrades in vollen Zügen genießen. Es störte mich auch nicht, dass wir mit Für-Immer diesmal nicht auf die Eins der Charts gingen, wie bei den beiden letzten Alben, sondern nur auf die Zwei. Ich fand die Silbermedaille sogar krass, mit Blick darauf, wie wir gerade erst alles abgefackelt hatten und wie wenig Placement das Album deswegen in der Promophase bekommen hatte. Nur mit Venedig waren wir noch ein letztes Mal im Fernsehgarten aufgetreten. Aber das war es dann auch gewesen mit den Schlagershows. Und das war okay so. Wir wollten es nicht anders. Alles fühlte sich richtig an. Und dann kam Corona. Ende 2019 arbeiteten laut dem Bundesverband für Musikindustrie etwa 157.800 Menschen in der Musikwirtschaft, darunter 64.000 Selbstständige und rund 93.000 ArbeitnehmerInnen. Also nicht gerade wenig Leute. Die Corona-Pandemie bedeutete für viele dieser Menschen nicht nur eine gesundheitliche Bedrohung, sondern auch eine existenzielle, was ihre finanzielle Situation betraf. In Zeiten von Streaming, was klar während Corona-Anstieg, aber trotzdem nicht in ausreichendem Maß vergütet wird und immer weiter sinkenden physischen CD-Verkäufen, verdienen die meisten MusikerInnen ihr Geld heutzutage mit dem Live-Geschäft, Merchandising, das auch wiederum ein Großteil seines Umsatzes beim Live-Geschäft findet, oder Kooperationen. Es waren also vor allem die KleinmusikerInnen, aber auch die TontechnikerInnen, BühnenbildnerInnen, BeleuchterInnen und ClubbesitzerInnen, die unter dem strengen Veranstaltungs- und Konzertverbot litten. Nicht nur emotional, sondern eben auch wirtschaftlich betrachtet. Es war ein Desaster für tausende Menschen, die in einer Milliardenindustrie arbeiteten und plötzlich zusehen mussten, wie ihr Erspartes sich verflüssigte und in den Ritzen der leeren Hallen und Clubs versickerte. Jemand wie ich hatte da natürlich eine extrem privilegierte Position. Ich hatte im November 2019 gerade noch meine kleine Teasertour spielen, mein neues Album im Januar herausbringen können und nahm die Zeit des globalen Ausnahmezustands im Frühjahr 2020 deswegen etwas gelassener hin. Natürlich auch aufgrund dessen, dass ich finanziell nicht so verwundbar war wie ein Großteil der Musikschaffenden in Deutschland, egal ob auf oder hinter der Bühne. Dass die ganze Welt eine Pause einlegen musste, half mir rastlosem Hamster sogar eher dabei, auch mal ein bisschen runterzukommen. Keiner konnte was machen, also fühlte sich meine eigene Tatenlosigkeit nicht so schlimm an. Das war wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich mir erlaubte, nach dem Release von Für Immer nicht sofort das nächste Projekt loszutreten. Stattdessen begann ich, langsam an meinem nächsten Album zu arbeiten. Ich nahm fünf Kilo zu, trank gefühlt jeden Tag Alkohol und genoss zum ersten Mal seit Jahren oder vielleicht sogar jemals The Slow Life. Es fühlt sich so schlecht an, das so zuzugeben, wo es doch so vielen Leuten so schlecht ging zu dieser Zeit. Aber ich führte eben ein extrem privilegiertes Leben, während die Welt im Chaos versank. Und das will ich auch gar nicht leugnen. Wenigstens habe ich nicht mit irgendwelchen Masken-Deals mich auch noch an dem Leid der Welt zu bereichern versucht. Ist ja immerhin etwas heutzutage, wie es scheint. Aber ja, ich will nicht lügen, für mich war Corona zwar kein Segen, aber bei Gott auch keine Katastrophe. Wenn man in so einer kompetitiven Branche wie der Entertainment-Industrie arbeitet, war so eine verordnete Pause, in der niemand etwas tun konnte, also auch niemand niemanden überholen konnte, irgendwie erfrischend, wohltuend. Aber zum dritten Mal. Diese Erfahrungen konnten nur sehr wenige wie ich machen. Für die meisten war das einfach Horror und dafür hatte ich zeitgleich immer riesige Empathie und die Angst, dass alles nie wieder werden würde, wie es früher einmal war, verspürte natürlich auch ich hier und da. Zum Glück konnte ich mich ins Studio verkriechen, meinen TikTok-Account weiter aufleben lassen und so versuchen, mich von der Schwere der Welt mit meiner Kreativität abzulenken. In dem kleinen Maße, in dem es damals eben möglich war. Vor allem TikTok wurde zu einer großen Chance für mich, die ich ohne Corona so vermutlich auch nie wahrgenommen hätte. Andreas bekam irgendwann einen Motivationsschub. Das ewige Rumgegammeln auf der Couch mit Netflix und Weinglas war auf Dauer nichts für ihn. Irgendwas Produktives muss jetzt doch mal wieder entstehen. Am besten etwas, dessen Früchte man auch direkt begutachten konnte. Eine Albumaufnahme ist da dann doch ein eher unbefriedigender Prozess, dessen Ernte erst sehr spät eintritt. Und so nutzten wir die Zeit zu Hause, um ein TikTok an den Start zu kriegen. Wir legten richtig Produktionstage ein, an denen wir nur TikTok-Content kreierten, auch wenn wir gar keinen Bock darauf hatten. Am Anfang war ich noch richtig schlecht darin und hab ewig für ein Video gebraucht. Ja, ich weiß, das sieht so leicht und dusselig aus, wie die Teenies irgendwelche Tänze, Rezepte oder Challenges da in ihre Frontkamera flexen. Aber bei Gott, jeder, der oder die zum ersten Mal versucht, ein TikTok-Video hochzuladen, fühlt meinen Schmerz. Weil mein Papa Computertechniker war, war ich zum Glück schon immer ein kleiner Techie gewesen. Ich konnte schon als Kind meine Musik selber schneiden und Programme benutzen, von denen Gleichaltrige keinen Schimmer hatten. Ich war also immer affin für so technischen Kram, was mir bei TikTok dann zugute kam. Trotzdem habe ich am Anfang wirklich ewig dafür gebraucht, mich einzufinden. Aber ich hab's durchgezogen. Die Follower stiegen, was mich wiederum motivierte, weiterzumachen. Es begann mir mit der Zeit sogar echt Spaß zu machen. Das lag aber auch daran, dass TikTok damals noch nicht so kommerziell ausgerichtet war wie heute. Heute werden ja ganze Singles teilweise in erster Linie für TikTok produziert, um dort im Zuge von Challenges viral zu gehen. Es ist ein komplett eigener Zweig innerhalb der Musikbranche geworden. Ohne TikTok geht heute nichts mehr. Oder sagen wir mal so, mit TikTok geht vieles leichter. Das war damals aber noch nicht so. Alles, was ich da gemacht hatte, fand so ein bisschen außerhalb der Öffentlichkeit statt. Was sich natürlich wie ein totaler Widerspruch anhört. Schließlich ist TikTok eine Social-Media-Plattform wie Instagram oder Facebook. Also quasi die Definition von Öffentlichkeit überhaupt. Aber damals wussten viele, vor allem die traditionellen Medien, noch nicht, was TikTok überhaupt ist und was sich da knapp bekleidet für Tänze aufführte. Die einzigen, die mitbekamen, was ich da so aus Spaß trieb, waren meine Follower-Schaft, meine Community. Das war irgendwie cool. Es hat großen Spaß gemacht und mein Selbstbewusstsein geboostet. Ich konnte bei TikTok tanzen zu Musik, die cool ist und so Karten ausspielen, die ich vorher nicht so richtig ausspielen konnte. Ich konnte ja keinen Booty-Shake machen auf Forever oder Spiegel-Spiegel. Aber manchmal möchte ein Girl halt aber auch einfach nur ihren Booty-Shaken und sich dabei gut fühlen. Tanzen und albern sein war ja irgendwie der ganze Sinn dieser App. Feierte ich. Und außerdem konnte ich so meine Brand weiter ausformen und hatte auch noch Spaß dabei. Ich will nicht sagen, dass TikTok mich cooler gemacht hat. Ich hatte das ja schon immer in mir, aber ich konnte mich dort anders zeigen. So, wie ich ja schon immer gewesen war. Viele Leute meines Alters sind beim Thema TikTok raus. Was? Noch eine weitere App, auf der ich performe und lernen soll, wie man sie bedient? Danke, aber ohne mich, lautet der allgemeine Tenor. Ich habe so oft in der Corona-Zeit, als TikTok eben am Hochkommen war, gleichaltrige Sagen hören, okay, jetzt ist es also soweit. Ich verstehe die Jugend nicht mehr. Ich bin offiziell zu alt für den Quatsch. Für mich war das am Anfang auch abschreckend. Diese Schnelligkeit, in der da die Eindrücke auf einen niederprasselten. Bam, direkt das nächste Video, Schnitt, nächstes Video und wo kommt hier eigentlich die Musik her? TikTok war a lot. Ich dachte mir da logischerweise auch zuerst, boah, ich bin fast 30 und soll jetzt auf TikTok mit Teenies mithalten oder was? Aber das ist eine weitere Philosophie von mir. Wenn du die Sachen angehst und dich damit wirklich beschäftigst, kannst du alles lernen und machen, ohne dass du dabei wie ein Tourist rüberkommst. Diese Gedanken, man wäre zu alt für einen Look, einen Job, ein Hobby oder eben auch eine App, kommen von außen. Wenn dir etwas Freude gibt, dann tu es. Es überrascht wenig, dass ich in diesem Jahr 2022 mehr darüber nachdachte als bisher, denn schließlich wurde ich 2022 30 Jahre alt. Diese Zahl 30 ist im Leben einer Frau sehr aufgeladen. Gesellschaftlich, historisch, popkulturell. 30. Das ist mehr als eine Zahl. Es ist eine Hausnummer, ein Meilenstein, eine vermeintliche Grenze. So erzählt man uns das zumindest. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Wobei es Frauen oft besonders stark vor der großen Drei graust, da Jugend und Schönheit bei weiblich gelesenen Körpern und Seelen eben noch stärker im Fokus der Beurteilung stehen als bei männlichen. 30. Da fängt ja spätestens der Verfall an, das echte Erwachsensein. Schluss mit jugendlicher Tollheit, Schluss mit katerfreien Sonntagen und Schluss mit 30 unter 30 Listen, die uns bestätigen, wie viel besser als der Rest wir sind und dazu noch jung. Mit 30 bist du offiziell kein ambitionierter Neuling mehr, sondern hast es entweder geschafft oder bist bemitleidenswert. Krass ausgedrückt. Hollywood titelt 30 über Nacht als Albtraum eines Teenagerhirns. Ab jetzt heißt es Bye-Bye-Haus- und Hallo-Großraum-Partys, auf die man nie gehen wollte. Diese peinlichen Ü30-Partys mit den schlechten Plakaten in Neonfarben. Wenn man 30 werden googelt, titeln Online-Outlets und Blogs mit Überschriften wie Hilfe, ich werde 30 oder 30 werden ist hart, 30 seien großartig. Also sei das ein Mantra, das man sich nur oft genug selber vorbeten müsste, damit man mit der Bürde dieser Zahl klarkommen kann. In gewissen Teilen Deutschlands müssen Männer, die mit 30 noch nicht verheiratet sind, öffentlich Treppen fegen, während die unverheirateten Frauen Klinken putzen müssen. Ich finde diese Hysterie ums 30 werden mit Verlaub schwachsinnig. Beim Alter kommt es nur darauf an, wie du dich gibst. Frauen wie Jennifer Lopez zeigen, dass man sogar mit 50 extrem heiß sein kann. Und selbst wenn nicht, pfff, heiß sein ist auch nicht die Hauptaufgabe im Leben meiner Frau. Ich persönlich drehe jetzt eine Runde mehr beim Sport und achte vielleicht ein wenig mehr auf meine Ernährung als mit 21, aber das auch nur, weil mir das persönlich wichtig ist. Ich fühle mich einfach null wohl, wenn ich keinen Sport mache und meine Leistung nicht reinkriege. Ich liebe aber auch Frauen wie Selina Gomez so sehr, die mit 30 ihren Körper mit seinen Veränderungen und dem ein oder anderen Kilo mehr feiern. Eine Frau soll sich fühlen, egal wie sie aussieht und wie alt sie ist. Eine Frau, die sich wohlfühlt, authentisch ist, das ist schön in meinen Augen. Wir sollten uns niemals zu unseren eigenen Gefangenen machen lassen und erst recht nicht zu den Gefangenen der Gesellschaft. Mein 30. Geburtstag war so schön. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine Überraschungsparty draußen im Chalet des Dörflers mit lauter Leuten, die ich gar nicht erwartet hätte. Wir grillten, tranken, tanzten und ganz nach dem Motto Dorfkind bleibt Dorfkind spielten wir irgendwann Bierpong und waren mit 30 irgendwie immer noch diese Kinder, die im Gras herumtollten und lachten und nicht an morgen dachten, auch wenn der Kater am nächsten Tag zugegebenermaßen so war, wie es in den besagten Blogs und Online-Outlets beschrieben wurde. Klar, man ist nicht mehr 16, aber 30 ist kein Stück schlechter als 16, wenn du dein Leben nach deinen eigenen Regeln lebst und einer Packung Aspirin im Medizinschränkchen. Zurück ins Jahr 2020. Innerhalb der ganzen Corona-Katastrophe gab es ein Highlight, das mir als Musikerin dann doch eine willkommene Abwechslung vom Studioalltag und der TikTok-Fabrik aka meinem Zuhause schuf. Ich durfte für Kroatien am Free Eurovision Song Contest teilnehmen. Es war außerdem unsere erste Fernsehshow seit langem. Seit Monaten war ja alles abgesagt worden. Allein deswegen war der Free ESC schon ein Highlight für mich. Ich trat da also selbstbewusst mit meinen paar Corona-Kilos zu viel auf den Hüften auf, aber genoss es sehr, wieder Feuerfontänen im Nacken zu spüren und meine Hintern zu bewegen. Das Einzige, was mich anfangs ein wenig abgeschreckt hatte, war der Wettbewerbscharakter. In einem bestimmten Rahmen liebe ich ja Wettbewerbe, wie ihr wisst. Aber Musik nach einem Ranking zu bewerten, finde ich persönlich schwierig. Musik ist eben, wie John Batiste sagte, eine sehr subjektive Erfahrung und wie ihr wisst, habe ich es nicht so mit den Soft-Facts bei der Bewertung von Leistungen. Wie soll man schon musikalische Leistungen in Tabellenform bringen? Klar, Töne treffen, Harmonien setzen muss man schon können. Aber darum geht es bei diesen Wettbewerben ja eigentlich nur nebensächlich. Aber egal, es war ja nicht der große, traditionsreiche ESC. Da hätte ich wahrscheinlich wieder vorher in meine Boxecke zu Andreas gemusst. Der Free ESC, organisiert von ProSieben, fand 2020 zum ersten Mal statt und ich freute mich, wieder auf der Bühne stehen und menschliche Energie tanken zu können. Dass ich Kroatien vertreten durfte, war natürlich eine Herzensangelegenheit. Und ein Neunter von 16 Plätzen war dann zwar kein Sieg, aber gewiss auch keine Niederlage. Die Für-Immer-Vanessa war dankbar. Und meine nächste Evolutionsstufe war auch bereits in der Entwicklung. Die Mai-Thai-Vanessa sollte bald schlüpfen und eine meiner grandiosesten Äras einläuten. Die Mai-Thai-Vanessa